K alle Leute ich bin der Buchstuhl ich bin die Jahre ein Konzept und die Branche bestellt warum es auf einmal zweiten Paketen zu schnell Prozent ich habe nicht beschlossen und schätzt die die Woche ich habe gestern sehr viel gemacht ich werde euch alles zeigen als er es gemacht hat er hat mich immer an die Gutschland ich bin dann noch in die Garten er war er ist bestimmt schon gesehen das Überraschung ich werde hier meine Kakaobohnensammlung machen ich werde dafür Kakaobohnen sammeln dann will ich leicht sein ja und ich hab auch diese Höhle wo ich angefangen habe und hier ein paar Bäume ich hab ein paar Blätter schickt die Blätter abgemacht habe das ist schon mal ich hab zwei Scheren gebaut und jetzt kann ich mal alles gemauert hab hier so viel Blätter abgemacht werden mit der Kugel gemacht haben auch die Polo und Einschwerden zu die Kugel an nach oben auf dem Nächsten zwar habe ich mal noch gelassen ich habe immer wieder aber wie kann ich mir abgeschossen schütteln wirtschaften ich muss es mal zwei Hinten nachdenken zum Schlafen und ja jetzt schon gesehen ein Steinhaus und ja hier haben wir auf die Kiste hier werde ich jetzt all meine sagt haben doch manchen die Städte ich werde jetzt nicht mehr schätzt waren der Lasse zu spielen hier meine Werkturzimmern oder hier meine Materialien aber so dann werde ich mal hier runter gehen und fahren gehen ja der Boden soll ich ganz sicherlich nicht genug Steiner trakt und da ist er da schon schon mal 1 3 4 4 ja noch mal so 2 so hat er schickt zu machen und dann hier und dann hat ich uns fragt was das ist das heißt jetzt meine Steinhühle welch mal Steinbruch aber es wurde ein Verkaufschnitt nicht mal was die Roboter längst um die Klamotten hier zu schließen kann man auch mit von ihr zu töten konnten das heißt so dass ich und hier ist meine ich will jetzt nicht richtig trauen die Höhle reinzugehen denn da sind in der Orten gibt es schon sehr viel Sachen zu erforschen aber auch sehr vieles Monster so kann man gegen die es ist falsch zu machen ja eigentlich war es so und hier war eine Kohle und da kann man die Landschaft sehen über was besseres sehen kann man auch kurz mal die Phase kommt noch nein das kann jetzt nicht mehr machen und meine die schon nicht schön oh da ist ne Höhle neis neis Höhle und jetzt hängt schon ein bisschen lang zu bleiben oh so probiert das noch ne Höhle oh ich hab's noch nie weit gemacht oh das ist ganz schön da ist ganz schön wo 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 was is da bin ich dort ich bin ein Schätzchen der Ziemachmeldung das macht das Wächeln aber jetzt will ich jetzt haben wir davon von Anfang zwischen wenn so so hoffen von Anfang und so oft so und und das war man wieder ein Letzt Schül heute morgen mittlerweile und ich bin ich habe ein Fertig das ist ja hier hier meine Fahnden immer weiter ich bin hier Nied das war letztlich auch abzuwarten Schäfer-Kurz Prozent oder drei Lieder so lange wenn ich auch viel Neues gemacht haben soll es zu können einmal in die Kiste und hier auch und das war kein die Schütze in der Kumpel um ich will was aufklären ich hätte das nicht Prozent der Schacht ich habe den Skypen auf den Typen also ein kräftes 2 im Jahr 1 und der Kanzler zu treffen so wird immer kein Bock nehmen kann in meinem Klammer in unserem Amtsschirm reichern Taktik 3 4 die Vorlage das ist nicht nur noch hatten wie hoch kann man glaube ich jetzt so ein bisschen sehen hier ja die Welt hat sie hat mehr und und deswegen schreibe ich deswegen sage ich euch jetzt der hat der Gertracht in der Zukunft das bin ich der Ümit der Alte Part kann man auch sonst nimmt eine Klammer im Mittel und so Emi 1 A sollte schon sagen Emi 1 A heißt der Ding und sagt ich kann haben es Emi und Alex Retro das ist jetzt der Owner also den Boxstrash Leiter ja und ihm gehört das Ganze Röhr ja und deswegen mich jetzt einfach tschüss sagen ich nenne euch Emi Black128xblue so meint meine Freundin nennen mich eigentlich Emi aber so spiel wie Alex Diego sag ich jetzt mal wie dieser richtiger Name ist die nennen mich äh Blue okay ich war ja Xblue Emi Black128 von Block Boxstrash das war Part 2 von Minecraft Let's Show und ich sage jetzt tschüss wir sehen uns beim nächsten Mal beim letzten Let's Show oder Special Gameplay oder sowas wie es nennen wird und so also nachsehen und wir sehen uns dann tschüss die auf holl 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 go okay Tschüss